Mich persönlich betroffen fügt sich das Schicksal in mein Gewahrsein ein, als hätte es nirgendwo anders Platz gefunden als da, wo es nicht auftaucht. Weil alle um mich rum, ich meine, die Verwandten bekannten, die altern ja auch so vor sich hin. Keiner kann's stoppen, nee, keiner kann das Aufhalten dieser Zahn der Zeit, der dir vielleicht irgendwo irgendwelche kleinen, äh, was heißt ich ja, Verkalkungen ins Gestell einbaut, dass du dann leichte Schmerzen erfährst. Aber möglicherweise hast du ja so ein tolles Verfahren drauf, dass du dich einfach... Nö. Nö. Ich kommt der Zeigefinger und sagt, du bist nicht der Glaube. Und da sagt einfach nur ich, ich ohne Infizion. Und der dritte sagt, fuck you, ich bin da, ich bin da, fuck you. Und der erste sagt, der sagt, ich, und sagt nix dazu. Der zweite sagt, ich bin, aber ich bin nicht, nicht dies und nicht das, ich bin nicht der Körper und nicht der Geist und nicht der Schweiß. Und die, die ganze Faust sagt, ich bin das, was ist. Ob's jetzt absolut relativ oder absolut nicht relativ ist. Absolut ist nichts und absolute Fülle im Potenzial von allen Hausaufgaben. Hab ich keine. Doch, ich muss mal mich damit anfreunden, dass das Leiden auch Spaß macht, wenn es keiner hat. Doch solange einer da ist, der es nicht haben will, dann ist es vielleicht noch schlimmer von denen, den es nur gibt, als ein energetisches, sehr in den Zellen eingeprägtes, ich meine halt ein Einzelwesen, so was, Person, wo man sagt, ah ja, du auch, ich auch, ja, ich auch, weißt du, ja, ich hab auch manche Zippelein. Und mir geht's manchmal auch nicht so gut. Doch, manchmal, da zieht's mich so in die Ekstase rein und ich hab so Dänse und ich flutsch da hin im Kanal, äh, und da bin ich auf einmal der Flow und ich hab ihn nicht mehr, weißt's. Äh, da kommt einer da her, der will dann sagen, hey, du, ich kann doch vielleicht Bescheid sagen, wie du dein Ich verlassen könntest, aber leider gibt's dich dann nicht mehr und dann hast du nicht den Flow, den du eh nicht hast, weil sobald du versuchst, den Flow zu haben, ist es einfach nur ein Krampf. Dann bist du der Flow, aber du bist auch der Nicht-Flow. Du bist ja der Flow und der Nicht-Flow. Auf wieder schön geschaut. Schauen Sie! Ja, schauen Sie mal! Was durch Ihre Augen schaut, das ist wohl dasselbe, was durch alle anderen Augen schaut. Nur in dem Moment, wo sie dann zu denken anfangen, dass sie wer wären, der anders ist als der andere, also ein individuelles Geschöpf, dann sehen sie das vielleicht gar nicht mehr. Äh, äh, tschüss, wieder hören!